Heute treffe ich mich mit Canan. Canan ist Rechtsreferendarin. Hallo Canan. Hallo Gabriela. Ja, schön, dass du Zeit hast. Was machen wir denn hier? Ich möchte gern etwas zeigen. Ja, wir setzen uns hier für mehr bezahlbare Wohnungen ein. Und das hier ist eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Hier wohnen ältere Menschen mit alleinerziehenden Genossenschaftswohnungen. Tolle Sache. Thema Wohnen, da sind wir ja dabei. Ja, habe ich gemerkt. Da müssen wir mehr machen. Ich habe ja auch ganz lange gesucht. Ich finde es aber gut, dass der Makler jetzt derjenige bezahlen muss, der ihn auch bestellt hat. Und dass wir mehr Mittel für die Städtebauförderung durchgesetzt haben. Ja, stimmt. Schau mal, die Aussicht wollte ich dir zeigen. Ja, das ist schön. Du, sag mal die Mietpreisbremse. Ich weiß, die Mietpreisbremse funktioniert nicht richtig. Es liegt daran, dass die Vermieter nicht sagen müssen, wie hoch die Miete vorher war. Das müssen wir dringend ändern, aber mit der Union funktioniert wieder mal nichts. Aber eigentlich, weißt du, brauchen wir viel mehr sozialen Wohnungsbau. Bezahlbare Wohnungen für alle, die es brauchen. Für Familien mit Kindern und für Ältere und für Behinderte und natürlich auch für Studenten. Ja, da müssen wir jetzt ran. Ja, wir brauchen Martin Schulz als Kanzler. Da bin ich voll dabei. Komm, jetzt genießen wir die Aussicht, bevor es zu regnen anfängt. Ja. 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 Ja.